Ein Hundeblick zum Dahinschmelzen, da müssen wir doch glatt zweimal hinschauen, um auch Heidi Klums Tochter Lou im Hintergrund zu entdecken. Die Kids der Model-Mama werden bekanntlich größtenteils aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Ab und zu erherrscht man dann aber doch einen kleinen Einblick in das Klumsche Familienleben. Nicht nur Heidis älteste Tochter zeigt sich mittlerweile öffentlich auf Instagram, nein, auch Lou bekommen wir in letzter Zeit immer öfter zu sehen. Dabei tritt besonders eine Eigenschaft der 10-Jährigen hervor, ihre Tierliebe. Zum Dahinschmelzen sind diese kürzlich entstandenen Aufnahmen, die Lou beim Training mit dem erst einjährigen Anton und Babykatze Prince zeigen. Und nun dieses Foto. Mit Anton überdimensional im Vordergrund erhaschen wir zwar nur einen kleinen Blick auf Nestjägchen Lou, genug aber, um zu erkennen, dass sie im stylischen Onesie mit Animal Print super entspannt aussieht. Die Haare locker zum Zopf geflochten, versorgt sie ihren Anton mit Streicheleinheiten. Kein Wunder, dass Heidis Fans bei dem Anblick ganz aus dem Häuschen sind. Wie süß schwärmt ein User, ein anderer findet die Worte. Zwei bezaubernde Babys. Wie schön, dass Heidi uns ab und an auch Einblicke in das Leben ihrer Kinder beschert.